Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns jetzt zum ersten Mal ein kurdisch Meshup. Ich werde es zum ersten Mal auf meinem Kanal geben. Wir sind schon gespannt. Die Musik ist glaube ich neu herausgekommen. Vor ein paar Tagen ist es rausgekommen. Es ist von Betül Bakan und Ali Kajir. Ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich die meisten Lieder dich kennen, aber du... Vielleicht. Ich weiß ja nicht, was sie für jeder einbringt. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe die anderen auch angeschaut und dem das noch gar nicht. Ich habe das voller Gefühl hier hinten am Strand. Summer, Summer. Ich freue mich. Palme. Okay, ich bin auch zu singen. Ich bin schon ruhig. Willst du das singen? Nein, nein. Ich singe nicht witzig. Ich singe schrecklich. Hey. Gute Stimme. Die haben beide mega gute Stimme. Aber warum haben die gedreht? Das ist ein sehr krasses Sommerfeeling. Ja, ja. Hallo. Das ist wirklich geil. Wirklich geil. Okay, Spanien. Kennst du das jetzt alle Lieder? Ja? Ja, kenne ich schon. Ja, kenne ich schon. Sind das eher so old school? Oder? Ja. Oh ja. Sehr gemischt. Okay. Also. Ich würde schon sagen, wir sind nicht schięg человеч, kleine Gelder. Hey, 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 hey! Das ist echt Spaß, dem zu zweit. Ja, das hütte ich dir ja gerne. Die harmonieren auch sehr gut, beide Stimmen, oder? But uh. Er ist noch da... Er ist kitzig jetzt. Ich weiß nicht wie viele 123 mal so machen. Ich bereite den sought... Ja. Das ist auch okay. Ich will gar nicht wissen, wie ich jetzt Sonne. Wir haben wahrscheinlich schon alle aufgeschaltet. Bleibt dran. Das ist glaube ich Barcelona. Ja, ich weiß es gar nicht. Große Stadt zum Meer. Könnte sein. I don't know. Sehr gut, hat mir sehr gefallen. Ich habe jetzt leider auch nichts verstanden. Ich als Türke. Aber du konntest ja oft mitsingen. Ja, sehr sehr. Ich habe versucht mich zurückzuhalten, aber es ging schon schwer. Ja, ich fand die Stimme sehr schön. Die da waren auch gut. Die haben auch zum Ende mitgerissen. Ein richtig gutes Sommerfeeling. Wer es nicht versteht. Ja, genau. Und Sommerfeeling auch noch. Ey, wie geil das ist aber. Ich strahle jetzt auch noch. Blauer Himmel. Jetzt habe ich wieder Bock auf Urlaub bekommen. Ja, echt. Lass nach Spanien fliegen. Ja, für Zeit kann man Urlaub fliegen. Ja, Leute. Falls euch das gefallen hat, gebt einen Like. Abonnieren. Abonnieren. Kommentieren. Falls ihr mehr Vorschläge habt, so kurdische Musik, kurdisch Meshup, sowas in die Richtung. Schreibt es gerne in den Kommentaren rein. Alles raus zu machen, alles. Genau. Dann sagen wir mal tschüss. Und du auf kurdisch sagst dann. Bis zum nächsten Mal. Was? Auf kurdisch. Achso.